Hochbetrieb in der Igelstation des Krefelder Tierheims. Fast alle Plätze sind derzeit mit den kleinen Tierchen belegt. Viele von ihnen sind zu klein oder verletzt. Grund dafür der Klimawandel. Durch den Klimawandel, dass die Hitzeperioden zu lange sind und die Igelmutter halt noch im Wurf legt, was sie eigentlich nicht tun würde. Und natürlich sind die Igel zu klein. Die gehen ja eigentlich im November im Winterschlaf. Und die werden halt versterben, wenn sie nicht zu uns kommen. Im Krefelder Tierheim werden die Tiere einem Tierarzt vorgestellt und anschließend entsprechend versorgt. Also die Kosten tragen wir selber, die medizinischen Kosten, auch die Futterkosten, das tragen wir selber. Wir bitten die Leute immer, wenn der Igel wieder fit ist, zum Beispiel wenn er jetzt den Winterstlaf gehalten hat, im März oder April, dass die Leute, die den Igel wieder abholen, kommen und weil die halt revierbildend sind. Und meistens kriegen wir dann immer eine kleine Spende von den Leuten, weil die finden das einfach toll, die wieder auszubildern. Das Tierheim ist derzeit so ausgelastet, dass es teilweise schon Tiere ablehnen muss. Es gibt halt Leute, die verstehen sowas. Ich sage den Leuten, oder vergleiche das immer, wenn man im Krankenhaus kein Bett mehr frei ist, muss man auch ins andere Krankenhaus gehen. Man wird schon mal beschimpft, aber es kommt selten vor. Aber wenn man den Leuten das vernünftig erklärt, kommt man damit eigentlich sehr klar. Alternativ gibt es in Krefeld die Familie Langenkamp, welche sich seit 40 Jahren der Igelrettung verschrieben hat. In ihrem Haus in Krefeld-Oeding werden dauerhaft sieben Igel betreut. Zusätzlich haben die Langenkamps noch 40 weitere Tierpaten, welche die Fundigel betreuen. Das ist ein Fulltime-Job. Wenn du dir überlegst, heute Morgen kam um 8 Uhr der erste Igel. Gestern Nacht kam um halb elf der letzte Igel. Dann die Neuaufnahme kam kurz bevor ihr kamt. Das vertat sich alles über den Tag und über den Abend hinaus. Igel sind artengeschützte Wildtiere. Das Halten als Haustier ist strengstens verboten. Lediglich zum Aufpäppeln darf man sie aufnehmen, muss sie aber auch wieder an der Fundstelle aussetzen, da sie Reviertiere sind. Im Gespräch mit den Langenkamps erzählen sie uns von ihren Tierpaten, die oft Fotos und Videos schicken, wie sie zum Beispiel mit den Tieren auf der Couch sitzen und diesen dem Bauch kraulen. Ein No-Go, wenn man die Experten des Tierheims fragt. Wir hören immer, dass private Leute die Igel immer aufpäppeln. Das mögen wir eigentlich gar nicht, weil die Problematik ist, Leute, die sich damit nicht auskennen, ein Igel hat sehr oft innere Parasiten, die man gar nicht erkennt. Und wenn der Igel nicht behandelt wird von einem Tierarzt, verstört dieser Igel. Ein privater Haushalt hat halt nicht die Möglichkeit, außer er geht jetzt um in die Tierklinik oder zum Tierarzt. Aber ich rate die Leute immer, die tier- und fahrspezifische Hände zu geben. Auch die tiermedizinische Versorgung weicht bei den Langenkamps von der Empfehlung der Experten ab. Petra Langenkamp bringt die Tiere nicht zum Tierarzt. Sie versorgt die Tiere selbst. Wundversorgung ohne Betäubung und nicht steril. Wie lange soll ich beim Tierarzt mit so einem schwer verletzten Tier im Wartezimmer sitzen? Außerdem sind im Wartezimmer lauter Feinde des Igel. Hunde, Katzen. Das ist ein Riesenstress für jeden Igel. Und das möchte ich den Tieren einfach nicht zumuten. Wer es nicht selber kann, muss natürlich diesen Weg gehen, klar. Aber wenn man es selber kann, kann man es den Tieren eben auch ersparen. Ich weiß, Maus. Bei den Experten im Tierheim sieht man diese Art der Versorgung deutlich kritischer. Im Tierheim werden die Tiere, sobald sie schwer genug sind, in ein Außengehege gesetzt. Zum Schluss bleibt zu sagen, nicht alle Igel, die man aktuell findet, brauchen auch wirklich Hilfe. Also auf jeden Fall den Igel mal beobachten, was er macht, ob er vielleicht torkelt oder im Kreis läuft. Und dann mal schauen, wie seine Verfassung ist, ob er eingefallen ist, ob er dihydriert ist. Einfach kann man ihm auch helfen, weil man einfach nur eine Wasserschale hinstellt. Wenn man natürlich sieht, dass der Igel sehr eingefallen ist oder verletzt ist, immer uns anrufen, dass der Igel in professionelle Hände kommt, dass man ihn halt medizinisch versorgen kann.